einen schönen guten morgen zusammen dies ist jetzt nur ein kurzes hinweis video im grunde ihr seht hier sieht es gerade überall ziemlich chaotisch aus weil ich heute spontan umziehen werde da hat sich ganz kurzfristig was ergeben was für mich besser ist weil ich hier in der wohnung so das ein oder andere problemchen habe und deswegen wird jetzt nur mal kurz dieses video so als hinweis kommen warum nichts anderes gezeigt wird weil mittlerweile war es ja so dass ich eigentlich jeden sonntag was geschickt habe oder ein video gemacht habe und ja das nur mal so kurz als info also bleibt tapfer es soll super wetter geben geht raus der frühling kommt macht's gut euer markus